O Muse des Feuers gäbe es dich doch, auf das du steigst empor in den hellsten Himmel der Fantasie. Man will die Verordnung jetzt gegen uns betreiben, die man im elften Jahr der Regierung des verstorbenen Königs fast gegen uns durchgesetzt hat. Doch sagt, Milord, wie wehrt man sie nun von uns ab? Darüber müssen wir nachdenken. Ist Heinrich für oder gegen die Verordnung? Es scheint mir unentschlossen. Ich habe das Augenmerk des Königs auf ein überaus verlockendes Ziel gelenkt. Ich rede von der Krone Frankreichs. Nun, da wir fest entschlossen sind, werden wir mit Gottes Hilfe unter eurigen den Sehnensträngen meiner Macht Frankreich, wenn es unser ist, es beugen, bis es Ehrfurcht zeigt oder brechen, bis es ganz in Stücke geht. Die Franken, gewarnt von dieser Schreckensrüstung durch gute Kundschaft, sind voller Furcht und so sind sie aus Angst versucht, mit verderbter Intrige England von seinen Zwecken abzulenken. Ihr habt die Gnade, die eben noch in uns gelebt, euch eure Empfehlungen umgebracht und erdrückt. Schämt euch und wagt, um Gnade mich nicht anzuflehen. Denn nun fallen eure Gründe auf euch zurück wie Hunde, die den eigenen Herren zerfleischen. Was ist doch einfach! Überlegt sie gut und schnell! Wollt ihr dies vermeiden? Oder schuldig werden und durch Widerstand mehr als den Tod erleiden? Der Dauphin, um dessen Hilfe wir ersucht, hat uns erwidert, seine Streitkräfte seien noch nicht in der Lage, eine so große Belagerung aufzuheben. Darum, großer König, reitet durch unsere Tore ein, verfügt über uns und die unseren. Denn wir sind nicht länger verteidigungsfähig. Danke! Sehr schön! Danke! Danke! Hey! Boa Bies! Ich bin 6'uler聲, 나 in der Lage, mich aufzlezig! Kommu, Okay! Danke! 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 mother !